moin lieben gurken und freunde herzlich willkommen zu einer neuen folge wir haben einen special gast oder special freund sag ich jetzt mal einmal den lieben gammeres sorry ich mache ich grundswiegend schwein das habe ich von ihnen alles gelernt was wenn euch dieses format fällt dann lasst ein like und ein aber richtig wir haben gewonnen ich sag doch wir sind besser hat sie folgen oder das kann ich auch platz hallo was voll mute achtung von achtung von hinten ja ich habe einen kill gemacht bei wellung zum ersten mal krieg ein lob von dir ok dann nicht freundlich soll das alles nur spaß also nehmen hier wo ich gesagt habe hier monathe herzlich willkommen zu einer neuen folge weil die ist ne was habe ich sagen mit seinem worten oder was mit worten da 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 ja ich sag mal ja du weißt doch was ich meine was in der mitte ist dann provoziert ich denke noch zwei zweieinhalb röntgen oder die drei röntgen zehnmal und dann ist feierabend für mich heute kann ich aber hier mit dir spielen das heißt gegen 23 30 denke ich mal spätestens will ich auf stream hat gehen noch habe ich noch zwei drei gespräch vor mir eventuell je nachdem und dann sind rein sind streich heute feierabend darf ich dann dabei sein dabei sein und vielleicht gucke ich auch noch einen film also ich weiß noch nicht aber ich habe irgendwie bock und noch mal heute noch im nächsten zimmer nachdem was heute mittag wieder war also gefühlt war dass ich heute mittag herz rasen hatte will ich dann mal heute noch mal ein wenigsten mann zum abspannen das wird dann auf stream passieren aber ich dann auf stream film guckchen vielleicht durch einen kumpel mit dem ich film gucke aber schauen wir mal denke aber gegen 23 30 sollte dann freut wenn so schön kumpel wie sagt denn viel mit mir guckt dann passt das irgendjemand darf ich mit dem film gucken wenn du die zeit noch wach bist ja natürlich ich hatte frei also ob man so rein nennen soll nur hausarbeitstag und das ist ja frei können wir nachher gucken wenn du noch da wach bist ja ich bin doch da wach vertraue mir können wir gleich spielen ich bin noch eine rund ok wie viele punkte ich sagte gleich genau die zone aussparen flamme und wie viel rund nach der moment und und 4-0 Ich hab 3-0 Das schafft es nicht Wir haben es doch geschafft, Freunde Operator, meine Damen und Herren Optime Mit der bin ich jetzt mittlerweile besser geworden Ich auch Ich kann auch gleich die Zuschauer sagen, dass ich auch besser bin Hihihi Der wird wahrscheinlich da wieder stehen Die soll ruhig vorpushen Aber so lange die mich nicht behindert So, man deckt auf Wie meinst du das mit behindert? Ähm Ähm Jetzt will ich kurz Jetzt muss ich Warum sterbe ich als erstes Ach komm Bin halt noch nicht eingespielt Yes Yes, yes, yes Right Nee Links heißt right, oder? Left ist rechts Go to right Yes Oh krass, crazy Call of me Warum haben wir verloren? Danke GG What the fuck Man, man, man Darf mich heute nur beschweren, gell? Boah, eine meine holt Ja, das war ein Kürz! Oh! Kameras, das hättest du sehen müssen. Freunde, ich hab geklippt. Also, ihr könnt's angucken. Ich sag doch, ich bin der beste Spieler. Bin ich das? Hey, gameless? Äh, was soll ich? Hast nicht zugefallen, weil du ja aufpassen musst. Hab gesagt, bin ich der beste Spieler. Mh, komm, 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 komm. Wirst du ja gleich merken, wenn du, äh, mit ihr Spieler. Wenn du willst. Nur, wenn du willst. Wenn du nicht willst, ist ja auch okay. Ah, guck mal. Boah! Hier wird alles hops genommen. Naja, ich guck mal, ob das kommt, was mir jemand geschrieben hat. So, Freunde, sorry. Hoffentlich hört man meinen Freund, den lieben gameless. Hoffentlich, gär. Hm. Mein lieber Bester. Ich bin jeden Tag bei Ihnen. Ich werde bald Mod vielleicht. Hoffentlich, wenn ich mich so weiter benehme. Stimmt's? Hm. Das haben gameless und ich abgeklärt schon. Alles, wo ihr noch nicht wusstet. Ja, ihr hättest Bescheid fürs müssen. Oder auch nicht. Aber, ist ja meine, nicht meine Pflicht dazu glauben, hoffentlich. Ähm. Ähm. Oh, 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 call from the X. Junge, ich habe überlebt, Freunde. kannst du sagen dass ich der beste pro gamer bin abgelehnt bin ich blöd krein lol wir haben gewonnen ich habe kein kill gemacht aber egal ob gewonnen ich hier punkte habt ihr also wie fährst du punkte ins schieber ich habe sie nicht mehr oder ich habe sie nicht mehr aber immerhin man soll ja immer mal probieren wir kommen aber von ihm bis queen ist da meine screen herzlich willkommen ab wann wird team gewechselt ab elf oder oder ab 10 eine rand runde geht 14 minuten bin ich jetzt gerade also mit einer aufnahme von und lange streamste schon ach was weiß ich bin nur mit er dann kann ich mir nächste runde ja ich so eine opel weiter bist du gleich ready für eine runde noch drin okay wie viel dauert noch ich habe 8 zu 3 mich nicht wie viel habt ihr also dein team mahlzeit 5 54 hast wohl noch eine runde gestartet noch dieselbe ok die so lange bei euch braucht oder was ich mich doch vor wie sagt es dieselbe ganz 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 sicher ja ja du nudelsalat ja komm was hat ich bin schwanger ob sofort ob ja ich habe den kill abgestaubt ist das überhaupt erlaubt klappt gestaubt 24 und die geht hast du wir haben gewonnen ich habe doch abgeschossen einfach seine huren freunde ich bin ich sag doch ich bin der beste aber kam es glaubt mir ja nicht eine coca cola als freunde es war es jetzt mit diesem video last night und ein aber wir sehen uns heute noch mal wenn gammer ist fertig ist und ich warte auf ihn also bis gleich meine liebe zuckerschneutchen freunde ladies gentlemen frauen kinder erwachsene willst du noch was sagen gammer ist ich bin fokussiert wir haben die gleichen skins ich und gammer ist werden gewinnen ich schwöre es euch freunde wenn wir nicht gewinnen muss ich eine wasserflasche ex 1,5 liter hat denkst du ich schaff das keine ahnung keine ahnung ja danke für die antwort ich bin gerade fokussiert deswegen rede ich auch gar nicht viel soll ich dir dann sagen wo die gegner sind ich höre das selbst hab dein skin genommen was war das wort da immer äh was damals da noch war weißt wie ich das meine schon ewig her ja das spiel schon lange nicht mal weil ich ihn hasse aber ist jedem selbst ja überlassen oh mann ich mit level 8 1 level 2 5 3 14 und du am höchsten du bist einfach der einzige ich kann mir mal sagen was meine ip ist äh was na ups du bist du schon in der mittelrunde drin oder bist du noch im blad ist äh gerade keine ahnung ich mach's 1 2 3 4 5 7 7 die Body 5 8 9 5 4 4 5 5 5 5 6 7 5 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 9 10 soll ich mit dir mitkommen oder ich bin meine taktik also von daher ich komme mit dir mit falls du stirbst dass ich mit abknallen kann er darf nicht wissen dass ich hinter ihm bin aber ob er geht wo man es an der wand gekürzt habe ich das gut gemacht ja wir mitten in der runde aber egal ich bin nicht kleines baby was auch immer und hier ich wünsche dir auch viel spaß hier okay was wäre wenn ich hier für die bestrafung was ich jetzt nicht was ich was ich letztes mal nicht schafft hat letzte woche freitag hier wasserflasche extra mit 1,5 liter was wäre das damit so mein kleiner als es gehört kam riss was ich nicht zugehört na hast du meine sprache gehört vielleicht hast du mich belauht hallo kam also kam es ist hier ich komme hinter dir her kannst dich noch entscheiden wurde laufen willst hallo du bist hallo ich helfe dir was hat was war bitteschön warte guck bist du noch am leben die hey siri wie spät haben wir es das was jetzt mal nicht gehört kam raus ich komm mit dir mit das weißt du ja gleich zu stehen so jetzt da kannst du bewegen oh ist die waffe gut sie hat die gleiche bitte nicht so doll atmen im mikrofon danke entschuldigung so freunde bin ich der einzige der am tod ist ach ne du auch hat es dich wohl afk war der afk bei zwischen a und b wie kann ich überhaupt voten habe ich gute tipps verteilt ja ich bin immer ich bin da immer pro hindert ihr wahrscheinlich gleich warte warum könnt ihr nicht gut spielen hallo man ich kratze ich bleibe mal kurz stehen gab es wo bist du ach so hey bleib mal kurz stehen du geile sau hallo bist du noch da wo ist kam es ja habe es getroffen hallo auf dem fuß kritzen ich 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 die sind nicht hier wo sind die wo sind die hallo die tschuldigung ham wurs tschuldigung hallo ist gut hä fragt danke hallo kann mir jemand auch mal was kaufen noch kommt es kann was hast du da unten 5000 millionen meter laufen achtung das war unnötig gerade die sind dahin wie es ist baby es ist bei b kam es auch so besorgt ich werde ich der kleine ich bin endlich wieder zu hause cool cool ja ich sag dir bald ob ich komme oder nicht zwei wochen oder keine ahnung aber nicht mehr so lange auf der 6 8 6 bis 8 ja ja wie gesagt aber ich werde gucken ich gucke heute und morgen ob es total frei ist und wenn das in dem teilraum frei ist ja komm komm ich da das andere steht nix mehr im wege hauptsache du hast auch bald ein hotel weil es auch nicht mehr lange hin wenn es nicht frei ist dann geh einfach ins hotel das ist immer frei da ist keiner ja ich guck mal nach dem preis ich muss auch nach dem preis gucke ja das sollte eigentlich relativ günstig sein ja ich guck mal ich mache lucky look und es hat eine nice bar du meinst eine nacktbar oder was ne ne bar halt die sehr futuristisch ist yummy ja wie gesagt es wird sich die tage zeigen also ich gucke euch heute und morgen also heute gucke ich noch ob es frei ist dann werde ich euch nicht die tage buchen und dann passt guck'n roll guck'n roll guck'n roll deine mutter ist dumm weg wann hatten wir nochmal geplant dass ich zu dir komme äh das ist was hat man gesagt guck'n euch nach warte guck'n selber du hast mir geschickt auf whatsapp warte madame ich guck'n grad mal nach äh wo ist'n der geile figulein wie lange wir schon wieder nicht gechattet haben fico das geht mir gar nicht also jetzt muss ich unsere gegant hier dreizehnter bis siebzehnter zehnter dreizehnter bis siebzehnter jaja hab ich verstanden jaja heißt der krischer marsch ja tust du auch gerne aber nicht an deinem doch doch glaub mir ist das hotel was du mir geschickt hattest das nächste dran ne das wäre das wäre das was am nächsten wirklich an mir dran ist dies was mit p anfängt p warte mal jetzt muss ich selber überlegen ich stehe das auf discord oder auf whatsapp geschickt äh auf discord guck'n gleich oder aber der link genau den link den ich dir geschickt hab das einer ist wirklich das nächste was wirklich nicht weit weg ist das ist klar preislich ist die frage und vier sterne hotel 504 euro nice das ist aber sehr racist ich finde wirklich viele sterne hatten das boah drei sterne auf ganz edel da muss ich mich aber ranhalten sind nur noch zwei zimmer frei sonst frech kostenfreies wlan sehr wichtig eigenes badezimmer auch sehr wichtig ja das lohnt sich na ja mein glied lohnt sich ist es ranzig eingerichtet aber es ist okay und ich meine badeweine ist recht aber ich habe mal so eine badephase lässt sich kann man es absichtlich sterben oder was schon blähungen tippen schon wieder mit so untergrund laktose scheiß wörtlich gesehen rein aber wie gesagt das was ich dir geschickt habe figurchen das ist das nächste wirklich das nahe nächste kamera zu fuß auch immerhin wenn die wenn wir das nicht mehr gebucht rinweißen noch zwei zimmer frei dann schicke ich dir mal ein zwei andere und du sagst mir genau du kannst du kannst ja genau auch jetzt schon ein zwei andere schicken dann ja erst mal eine mutter fragt ob es was für dich angenehmer wäre der hauptbahnhof oder flughafen ist mir eigentlich wurscht das spielt nicht viel rolle ja das habe ich meiner mutter auch mir ist es wurscht also das was euch also von der bahnbindung klar wir müssen so dass wenn du flughafen kommst müssen eh über den hauptbahnhof aber wenn du hauptbahnhof kommst dann müssen wir nur noch muss ich dich am fernbahnhof abholen dann laufen wir eine etage tiefer oder so und dann kommen wir runter jetzt sage ich soll müsst ihr entscheiden vom spiel eigentlich keine rolle es ist wurscht der zug fährt also ich sag mal den die so wahrscheinlich nehmen wirst du der fährt ja durch den flughafen nach hauptbahnhof der ich also das ist das spielt nicht die große rolle klar sind vielleicht für mich vielleicht 10 15 minuten länger aber für dich macht sich viel also so weit das ja also ich sag mal wenn du wenn ich sagen kann kannst wo du dich am sichersten fühlst halt das ist die das ist halt gut ich lege dann jetzt auf gehen und wir sprechen uns dann morgen ja wir können morgen noch mal quatschen wir appen einfach auch du kannst ja noch ein bisschen locken doch nur log die tschüssi nach träumt von mir das kam es hat ein kill das bei wo ist bike b a findet der w ich habe es verlässt mich es ist bei dem voraus was hast du gemacht kam es kam es verlässt mich warum gehst du fremd mit mir hallo nix da ich habe jemanden gesehen ah Ah! Oh du schaffst das aber auch gute idee kam es ja wir müssen gewinnen hallo Oh 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 Hey Der arme Spike den kriegst du kamrisch ich bin gut im treffen weiste ja natürlich lässt mich doch alleine du solltest mir noch eine antwort hierbei wegen mord hast du verstanden was habe ich gesagt jetzt was wir gemacht haben wo werden sie kommen ha ha Das war's für heute. was habe mini schaden gemacht die runden gehen bis 13 oder ach das merkte komischerweise machst du mit danke für die antwort vielen dank für die blumen ist die waffe gut ich in der hand habe meine wache ist ich habe ein habe sogar zwei hat es gesehen sorry freunde wie machen wir das jetzt noch noch und oder nicht mehr solche sekunde aber ich habe mehr fahnen gemacht als du irgendwie also noch eine runde kammeres n in Ort an Küsimus die das ist die die hihihi mein Cleaner ähm ich denke nicht dass du es schaffst ich denke auch nicht dass das irgendwie ein Ersatz dafür ist ne? oh ne ich muss jetzt überlegen ist Freitag ne? mein Cleaner Michael ich werde eh am Freitag gewinnen also mit 24 Stunden mit 36 Stunden wach aber du nicht hahaha Ronny Störung Störung nein doch die Störung hast du? bist du mein Cleaner? naja ich ich werde das schaffen mit Wasserflassen mit 1,5 Liter Echsen das schaff ich mein denkst du ich schaff das? keine Ahnung äh willst du noch aus? gleich hallo 6 5 4 3 hallo das kostet jetzt meine Aufnahmezeit muss sein muss sein nein doch bist du wohl traurig weil ich dein Skin genommen habe? Kameras? weil was ist? na bist du wohl traurig dass ich dein Skin genommen habe? nö ey wurdest du auch entfernt? ach von wen? ach von wen? na ach komm dein ernst? hehehe ey hehehehe Freunde das war's jetzt mit diesem Video lassen nein und ein Abo da ja das war's jetzt was ich